hallo liebe leute und da sind wir wieder mit unserem ork schamanen und ja noch alleine aber es ändert sich bald und ich würde sagen wir quest noch ein bisschen wir haben ja noch ein paar quests über vom letzten mal schauen wir mal dass wir die auch abgearbeitet kriegen so wir sind immer noch in dem nein wir sind schon ein bisschen weitergezogen und hab schon mal ein paar neue quests angenommen hier was wir machen wir müssen bei letzte verteidiger vom morschan gerettet wir retten euch falsche richtung richtung doch aber ja schon mit schloss haben ist alles tot hier los da muss man welchen und killen blut und donner Kraft und Ehre. Achso, da. Salbe auftragen. Hm. Es reibt sich die Haut mit der Notion ein. So. Okay. Wir müssen mal retten, fünf Stück. Was kriegen wir ja wohl hin? Grüße. Grüße. Guck mal weg da hinten. Ich brauche ein Ziel. So, 21 Silber. Sehr schön. So, den letzten retten wir hier noch. Ragen wir die Illusion auf. So, haben wir den doch schon fertig. Oh, da ist ein Frakt. Zeig schon. Ah, ich habe euch erwartet. Guck mal den Mann. Ich hoffe es blöd. Lieder. 21. Ja. Möge die ewige Sonne euch bescheinen. Nehmen wir. Und blablab. So. So. Und weiter geht's. Wir müssen mal davon erledigen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Er ist bescheuert. Schutzwall Hillen lassen sich killen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich habe kein Ziel. Was ist das denn mit den Pfeilen? Da habe ich doch eben ein Pfeil aufgehoben. Hier überall rum, oder was? Mal gucken. Kann ich noch nicht wirken. Zufzug. 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 Das lädt immer noch auf. Das lädt immer noch auf. Okay. Hier von fünf. Fahnenkampf-Duell. Zack. Was kann ich für euch tun? Was kann ich für euch tun? Was kann ich für euch tun? Was ist das denn? Was ist das für ein Ding? Ich hasse das, Spinnen. Ich muss das denn hier sehen. Und wie? findet ihr davon aus. Ja. Das war's. Hier sind alle le từng. junge junge aber mann ob am wort ist das für einen gesagssuch herumlung hat dieser zauber ist noch nicht bereit das lädt immer noch auf ich bin außer reichweite ja holgen gedödelt haben diese feile da da ist noch einer die hab ich eben gar nicht gesehen ich muss nie an die die feilig feilig kommt bestimmt gleich wieder so eine kackspinne wir müssen jetzt mal weg machen so so noch einen und die doch auch schon fertig dann brauchen wir noch zwei von denen da hinten ist einer da ist noch einer da so Ah! So! Erledigt! 1, 2, 3 Quest zu abgeben, würde ich sagen. Das machen wir doch dann mal. Ich glaube, ich habe auch noch eine Quest an dem anderen Dorf absolvieren. Freil! Seid gegrüßt. Mögen die Vorfahren euch schützen. Den müssen wir auch abgeben, dann machen wir das. Oh, dass das so lange liegen bleibt. Ja, heute ist Freitag, Leute. Heute Abend wollen wir mit ein paar mehr Leuten WoW spielen. Und ich werde das dann auch bei mir auf dem Twitch-Kanal Livestream. Ankündigung gab es schon auf YouTube, auf Facebook und auf im Steam. 20.30 Uhr heute Freitag. Und ja, wenn ihr Lust habt, schaut einfach mal rein. Und ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal reinschaut. Ein bisschen mit uns mitkämpft. Kleines Hof. Ich wollte ja eigentlich mal... Ja, aber das Motorrad ausprobieren. ... 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 Das ging auch neu, glaube ich. Früher gab es das nicht. Man hat direkt am Anfang schon 3 Pads, die man natürlich erst mit 20 benutzen kann, aber ja, unter anderem dieses Motorrad. Ganz lustige Angelegenheit. Ja, hier waren wir ja beim letzten Mal, haben die Quests gemacht. Schon mal ein bisschen weitergezogen, wo die Quests mich halt hier geleitet haben. Da geht es dann weiter. So, jetzt gehen wir das nochmal ab. Da kriegen wir noch was Schönes. Stoffgürtel wollen wir nicht. Leder, Schuhe. Schlechter als die, die ich anhabe. Was ist Mehrwert? Können wir dann... Oh, hier kriegen wir ein neues. Artikuliert euch vernünftig. Macht euch vom Acker. Bewegerung. Na, da müssen wir zu dem Schutzwall, wo wir eben auch waren. Das trifft sich ja dann ganz gut. Hey, wie geht's euch? Willverkaufen. Kann ich euch mit etwas helfen? Irgendwo was verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Oder doch. Ja. So. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. 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 Verkaufen, verkaufen. Verkaufen. Verhalten wir noch mal. Verkaufen. Schild benutzen wir gar nicht, weil ich benutze meistens zwei Handwaffen. So Leute, ja, es sind schon wieder am Ende der Folge, denke ich mal. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, unsere Serie zwar jetzt noch alleine, aber es kommen noch ein paar Leute dazu, lasst einen Daumen da, schaut heute Abend bei Twitch vorbei, 20.30 Uhr, Twitch TV Hitscholator und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis später, ciao, ciao.